Hallo zusammen, hier ist Emily von meinem dritten Account. Wir sind wieder in der Kampagne, Kampfstufe 28 und versuchen hier voranzukommen. Das sieht doch gut aus. Geht immer noch relativ schnell. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Sehr schön, haben Sie den Kniefall gemacht. Zack, kaputt. Jee, auch kaputt. Haben wir jetzt hier nur Licht und Dunkelheit, Gegner, oder wie? Ja, sieht so aus. Auch kaputt. So, damit haben wir schon die Hälfte rum. Ah ne. Jetzt gibt es Wald und... ...Abgrund. Und wir brauchen uns nicht dran gewöhnen, das sind doch wieder verschiedene Fraktionen. Ja, hier ist wieder gemischt, ein bisschen. Ahaha, weg ist er. Und Nummer 10. Auch kaputt. So, dann können wir jetzt hier auf der Karte wechseln. In die antiken Ruinen. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Getship.